Einst war ich ein Farmer. Ich melkte meine Kühe, schnitt meinen englischen Garten und reparierte meine Zäune. Besonders genoss ich den Spaß an unserem Badesee. Ich liebte das Schwimmen. Auch das Bergsteigen war eins meiner großen Leidenschaften. Doch es kamen harte Zeiten auf uns zu. Die Welt veränderte sich und einige waren nicht mehr sie selbst. Es war nie einfach. Man war von nun an auf sich alleine gestellt und musste einen Weg finden, zu überleben. Nach einer wahren Geschichte in den Haupträumen der Stuber und sein koreanischer Freund begannen diese zwei etwas ganz Spezielles. Zusammen brachen sie auf in ein neues Abenteuer. Seite an Seite schlugen sie sich durch die Gefahren. Der Spaß am Leben zu sein kehrte zurück. So begannen sie, sich immer mehr zu vertrauen, einander zu helfen, zu teilen und für den anderen da zu sein. In einer Welt, von der man dachte, sie sei verloren. Voller Wut, Hass, Einsamkeit, Zerstörung und Hilflosigkeit. Nur diesen Winter in ihren Kinos zeigen wir ihnen eine noch nie dagewesene Bromance. Seien sie dabei, wenn das Feuer der Liebe in einer verlorengegangenen Welt wiedererweckt wird. Begleiten sie die beiden Akteure in ein neues Abenteuer und entfachen auch sie die Flamme der Liebe in sich wieder. Oh man, I love you. I love you too, bro.